Manchmal denke ich wer weiß, wie lange dieses ganze System noch hält, wenn es doch auf Ungleichheit und Ausbeutung basiert. Wenn es so viel Verdrängung von offensichtlich schieflaufenden Dingen braucht. Wenn es so viel Ungerechtigkeit braucht für jedes einzelne Iphone, und so viel Umweltzerstörung für einen Urlaub. Ist aber auch naiv. Ausgerechnet heute ist es entsetzlich naiv. Heute feiern wir 500 Jahre Reformation. Troll, seit Monaten sitzt das Feuilleton auf dem Schoss von Martin Luther als wäre er der Weihnachtsmann persönlich und fragt sich, was der alte Antisemit uns heute noch schlau sagen kann. Mir fällt kein Grund ein, ihm eher zuzuhören als denen, die er als Hexen verbrennen lassen wollte, aber manche Leute gruseln sich ja ganz gerne. Happy Halloween!